Am 13. Dezember 2013 diskutierten die Internetnutzer FSK Ice Bear, Noble Micha, Chicken Wing 601 und Victor 83100 das Video, frei, wild, rechts oder nicht, die Skandalband im Interview im Kommentarbereich auf www.youtube.com. Wir haben das Gespräch für Sie szenisch aufbereitet und geben es Ihnen inhaltlich und grammatikalisch unverändert wieder. Meine Klassenlehrerin verbietet mir, meine Freiwildpullobe in der Schule anzuziehen. Ja, soll ich es dabei belassen und nur zu Hause tragen? Ich bin ratlos. Trag einfach keine Shirts von schlechten Bands. Nice. Alle sind dagegen, aber Sie sind zum dritten Mal in Folge zum Echo nominiert und werden ihn auch holen. Nein, Freiwild war immer ehrlich, wenn auch hart. Und genau das ist richtig. Was soll diese dauernde Hetze gegen rechts? Rechts ist okay, nur rechts radikal. Das ist ein No-Go. Freiwild bleibt eine Band mit rechten Tendenzen. Dein Kommentar beweist, dass du sehr dumm bist und nur beleidigen kannst. Aber so sind Leute, die mit sich selbst unzufrieden sind und keine Freunde haben, du kleinen Pimmelträger. Verbundest du das jetzt vor Scham im Garten? Allein die Tatsache, dass er eine Frisur aus der Hitlerjugend trägt, reicht schon aus. Rechts! Nazis haben Brot gegessen. Bist du jetzt auch ein Nazi? Boris Becker hat zurzeit dieselbe Frisur. Und jetzt? Freiwild ein Leben lang! 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 Freiwild ein Leben lang!